Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Leinwand in Meeresoptik und die mache ich mit den Farben, so wie ihr gerade schon seht und auch mit Epoxidharz und ich bin gespannt was ihr dazu sagt und ich habe das Video relativ auf Speed gestellt, sage ich jetzt mal, aufgrund dessen, weil es doch relativ lang geworden ist, ich euch die Schritte schon zeigen wollte, aber eben halt nicht so in dem langsamen Tempo und dementsprechend habe ich es jetzt einfach auf ganz ganz schnell gemacht und lasst euch also überraschen und genau. Hier erstmal habe ich mit unterschiedlichen Blautönen und auch so einem leichten grünen Ton das ganze auf die Leinwand gemacht, das ist dann die Basis letztendlich für die Meeresoptik, weil das Epoxidharz das vielleicht sonst gar nicht so stark zeigen kann und da habe ich gedacht, ach dann nimm die Acrylfarben, versuch da schon eine gewisse Musterung reinzubringen, ich glaube es wäre vielleicht auch noch schöner gegangen, ich weiß es nicht, aber ich dachte mir, das ist trotzdem vollkommen in Ordnung, so wie es ist und habe das dementsprechend schön angemalt, das Ganze dann natürlich auch getrocknet und habe es glaube ich einen Tag oder so heiß trocknen lassen und dann habe ich eben das mit dem Epoxidharz gemacht und ich finde das Ergebnis ist schön geworden und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir dann ein Feedback gebt, wie findet ihr es und was kann man zum Beispiel noch machen, es gibt ja immer noch ganz viel, was die Natur bietet, was man vielleicht eben mit den Farben und vielleicht auch mit Epoxidharz zusammen machen kann, also auch da gerne Ideen, falls euch da noch irgendwas Tolles einfällt und genau, Epoxidharz, ich fange einfach schon mal an, ist ein Material, wo man gut aufpassen muss, hier habe ich schon angemischt, das Epoxidharz besteht aus einem Harz und aus einem Härter und das Ganze ist eine chemische Reaktion, wo man halt sehr gut aufpassen muss, was man tut, auf jeden Fall Handschuhe anhaben, das ist unglaublich wichtig, eine Maske und wenn ihr das Epoxidharz zusammen mischt, bei meinem Epoxidharz, was ich nutze, ist von Resin vor Dekor und das Ganze habe ich im 1 zu 1 Mischverhältnis, das ist für mich das Einfachste, es gibt auch Epoxidharze, die unterschiedliche Mischverhältnisse haben, 2 zu 1, 3 zu 1 und aber ich mag es immer relativ einfach und finde das dann immer vollkommen in Ordnung, ich habe auch von anderen Gießpulvern zum Beispiel immer noch Sachen und gerade wenn die nicht 1 zu 1 gemischt werden sollen, tue ich mich da immer ein bisschen schwer, das Ganze immer zu nutzen, nennt mich faul und ich stehe dazu. Ja, habe also das Ganze angemischt, ihr solltet so ein bisschen schauen, ich habe jetzt immer so als Richtwert, nehme ich immer 4-5 Minuten, ihr solltet immer genau schauen, wie gut das Ganze durchgemischt ist, sind noch Schlieren zu sehen, ist alles schön transparent mittlerweile wieder, also wenn man es anfängt zusammen zu mischen, dann ist es noch relativ transparent, wenn man dann weiter umrührt, dann wird es so ein bisschen milchig und wenn es dann wieder klar ist, dann darf das auch gerne verwendet werden und hier habe ich auch mehrere Blautöne genommen, um das Ganze als Wasser zu symbolisieren, das Weiß brauche ich für die Wellen und habe dann noch Farben mit diesen Chameleon Farben dazugenommen, weil ich eben wirklich, ich mag diese Chameleon Farben sehr, das ist für mich irgendwie so ein wunderbarer Schimmer, der da immer entsteht. Beim Epoxidharz oder besser gesagt beim Zubehör gibt es ganz viele unterschiedliche, ich habe jetzt hauptsächlich das Pulver genommen und es gibt aber auch Pasten und es gibt Alkohol-Inkfarben, also so viel unterschiedliches und dementsprechend glaube ich ist da ganz viel möglich. Ihr seht, es ist ein bisschen transparent geblieben, was für mich aber auch die 3D-Optik so ein bisschen ausgemacht hat und dadurch war das dann für mich auch vollkommen in Ordnung, dass das halt nicht komplett gedeckt hat, weil das hätte das Ganze so ein bisschen anders aussehen lassen. Ich finde jetzt leider die Worte nicht, was ich meine und aber ja, ich verteile das Ganze dann mit dem Stäbchen und gehe natürlich auch die Ränder runter. Es hat sich ein bisschen schwer gemacht, weil es eben das Epoxidharz, das bewegt sich ja auch, dass er eine gewisse Bewegung macht, dass teilweise dann das Harz auf einmal an manchen Stellen nicht mehr da war. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gelöst und bin immer wieder dabei auch sitzen geblieben, habe es relativ lange eben auch beobachtet und gemacht und habe dann eben immer nach Bedarf eben nochmal geschaut. Dann habe ich auch die Übergänge so ein bisschen verwischt, damit das Ganze so eben halt auch natürliche Übergänge gibt. Ich weiß, dass man im Meer manchmal auch direkt so eine mit harten Kanten, sage ich jetzt mal, Unterschiede sieht. Das macht ja immer die Tiefe aus letztendlich und aber hier wollte ich jetzt bewusst diese Übergänge so ein bisschen machen und da war das dann auch für mich in Ordnung. Ja, beim Epoxidharz, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist wichtig, dass da wirklich, ich würde es mit Kindern nicht machen, vielleicht ab Teenageralter, dann aber auch gemeinsam mit den Eltern, einfach weil das so ein sensibles Thema ist. Ich weiß, dass ich finde es immer ganz, ganz schwierig, nicht falsch verstehen, aber es wird Epoxidharz gerade immer sehr leichtfertig verkauft und keiner macht sich dann so richtig die Gedanken darüber, was passieren könnte, wenn man einfach mit den Kindern das Ganze zusammen macht oder auch die Kinder alleine. Es gab es bei Action, bei Amazon, weil selbst als ich letztens mal so ein bisschen durch die Sender gezappt bin, habe ich es bei QVC gesehen, falls euch das irgendwas sagt, habe ich gedacht, oh, selbst die haben das jetzt und ich finde es halt wirklich nicht einfach und ich würde es nicht befürworten, aber ich glaube, jeder Elternteil kann seine Kinder hoffentlich einschätzen, ob das in Ordnung ist, wenn man ihnen das schenkt und wenn die das machen und dementsprechend, glaube ich, ist es auch vollkommen okay, wenn dann die Eltern entscheiden, nein, mein Kind weiß, was es tut und dann ist das auch in Ordnung. Also wie gesagt, mir ist nur wichtig, immer ganz klar hinschauen, wer macht es, wie macht es und achtet und schützt euch da einfach sehr. Und genau, hier habe ich dann auch zum Teil nochmal mit dem Feuerzeug die Bläschen weggemacht, da waren so ein paar Mikrobläschen bei und habe ich mit dem Feuerzeug beziehungsweise eben auch mit einer Heißluftpistole. Ich habe mir so eine kleine, die ist jetzt nicht eine, die so extrem viel Power dahinter hat, aber für meine Zwecke reicht sie vollkommen und dann passt das halt auch. Und ja, genau, Epoxidharz ist ein wunderschönes Material, ich nehme es jetzt schon seit einigen Jahren, bin immer wieder noch am Ausprobieren, am Schauen und bin da so ein bisschen vorsichtig, auch andere sind da, glaube ich, mutiger, ich nicht. Ich habe aber auch einfach nicht die Zeit, ich habe da einfach immer so ein bisschen, muss da immer auf meine Zeit so ein bisschen achten, gerade wenn ich dann arbeiten gehe. Als Vollzeitjob ist das halt gar nicht so einfach, dann eben dem Hobby nochmal so nachzukommen. Ich würde es gerne Vollzeit als Selbstständiger machen, mich da einfach austoben zu dürfen, aber das kann ich leider nicht und dementsprechend versuche ich da jetzt einfach so ein bisschen einen guten Mittelweg zu finden. Sehr wie mit dem YouTube-Kanal, ich versuche da einfach so ein bisschen einen schönen Mittelweg zu finden und das ist halt einmal in der Woche ein Video hochzuladen und dann passt das für mich auch. Hier habe ich übrigens mit dem Weiß jetzt gearbeitet, das Weiß ist mit einer weißen Paste angerührt und das Ganze ist so ein bisschen schwerer, dadurch funktionieren dann bestimmte Effekte zum Beispiel auch und da habe ich jetzt immer so ein paar Linien mitgezogen und dann mit der Heißluftpistole zu Wellen verarbeitet, Ich fand das ganz nett, ich finde das ist relativ gut geworden, ich hatte vor einer Weile schon mal, da hatte ich auch so eine Meeresoptik auf Tabletten gemacht und ich finde die sehr, sehr schön, ich finde die immer noch mega und dadurch glaube ich, habe ich zumindest schon mal geübt und konnte mich da so ein bisschen austoben und wie ihr seht, diese Heißluftpistole macht einfach ihren Job. Ich muss zwar relativ nah rangehen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das genau so dann ist und ihr seht schon mit jeder Schicht oder mit jedem, was ich drüber mache, sieht das viel, viel besser aus noch und dann passt das glaube ich auch sehr, sehr schön. Und ja, auch da habe ich dann einen Moment gewartet, bis ich es dann weitergemacht habe, weil die untere Hälfte wollte ja auch noch gemacht werden. Bei der unteren Hälfte habe ich letztendlich mich so ein bisschen beholfen mit Sand, den ich aus meinem Urlaub mitgenommen habe, letztes Jahr und dieses Jahr und habe dann dementsprechend da so ein bisschen den Versuch mitzunehmen, also einfach mitzumachen. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, sage ich gleich dazu. Es ist nicht so hell geworden. Ich habe es dann versucht, mit einem beigen Farbton dann das Ganze einzufärben, damit das halt schöner aussieht und aber das hat leider nicht so funktioniert. Aber ihr werdet es am Ergebnis sehen, ich finde es trotzdem schön. Und ich habe es jetzt auch mit dem Ergebnis erst mal so, wie es aktuell ist. Ich überlege immer noch, wie ich es vielleicht sonst noch mal ein bisschen besser anpassen kann. Ich bin mir aber noch nicht sicher, aber ich wollte es euch gerne zeigen. Sollte es irgendwie noch mal eine Veränderung geben, dann am Ergebnis werde ich euch das selbstverständlich hochladen und euch zeigen und damit ihr dann ungefähr eine Idee habt, was das Ganze, wie das Ganze dann ausschaut. Und ja, hier seht ihr so meine Wellenoptik. Da ist so ein bisschen leichter Sturm und ich hatte auch immer überlegt, ob ich oben dann noch mal mit einem dunklen Epoxidhark noch mal drüber gehe. Aber auch da war ich mir bisher nicht einig und habe dann dementsprechend das Ganze dann erst mal so für mich akzeptiert und gefreut, dass das trotzdem sehr, sehr schön geworden ist. Und ja. Oben in der Ecke seht ihr schon, da habe ich das Ganze mit dem Sand reingemacht. Auch da ist eine gewisse Transparenz oben drüber. Ich hatte mich so ein bisschen im Nachhinein darüber geärgert, dass ich zu früh das Ganze gemacht habe. Ich glaube, ich hätte es wesentlich länger aushärten lassen sollen, die Wellen, weil es so ein bisschen verschoben ist. Und deswegen, irgendwann werdet ihr sehen, was ich meine, wo ich halt das Gefühl hatte, dass ich vielleicht noch mal nacharbeite. Und wie gesagt, hier in dem, da habe ich jetzt den Sand drinne vom Warnemünde und eben halt auch kleine Steinchen, die mit bei waren. Die habe ich bewusst damit irgendwie mitgenommen und habe ja selber auch Steinchen gesammelt. Auch da, ich habe ja eine riesengroße Gläser teilweise hier stehen von all meinen Urlauben, wo ich jemals irgendwo war. Ich bin ja so ein typischer Steinchensammler und habe dann dementsprechend das Ganze noch mal durchgeschaut, ob ich da irgendwie Steinchen, Muscheln und so finde, die da vielleicht ganz gut zupassen. und dadurch passte das dann auch ganz gut. Also ich finde das Ergebnis, es macht so ein bisschen natürlichen Blick drauf und dadurch passte das. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich da gemacht habe. Aber ja, ich habe es dann gesehen. Ein paar Reste von den Blautönen hatte ich dann noch und wollte da noch mal so ein bisschen das Blaue mit reinbringen, weil so ein bisschen die Wellen verschluckt wurden und aber das passte dann trotzdem ganz gut. Und ja, genau, ich habe so ein bisschen, genau, mein YouTube-Kanal, hatte ich ja erzählt, ich bin, ich mache es halt eben wirklich als Hobby und ich freue mich da auch sehr drüber, dass ich das so für mich machen kann und möchte und dass da mittlerweile auch eine kleine Gruppe zusammengekommen ist, die sich die Videos auch anschaut. Es ist immer ganz unterschiedlich, muss ich fairerweise dazu sagen, ich habe ja zwei Themen auf meinem Kanal, nämlich einmal die Musik, damit fing damals alles an und eben das Basteln, das fing Anfang 2020 an, wobei gebastelt habe ich vorher immer schon, aber das kleine, dass ich es auf YouTube hochlade oder dass eben das Ganze so ein bisschen einfach auch ein größeres Hobby draus geworden ist, das fing dann wirklich Anfang 2020 an mit dem ersten Lockdown, weil ich dann einfach, man musste sich ja beschäftigen und da habe ich dann dementsprechend auch geschaut. Und genau, und da schauen halt eben ganz unterschiedliche Leute auf meinem Kanal vorbei mit unterschiedlichen Zielen oder Interessen. Der eine interessiert sich für die Musik, der andere fürs Basteln und vielleicht gibt es auch welche, die gucken gerne beide Videos und freue mich, wie gesagt, sehr drüber und ist dann eben auch eine wunderschöne Möglichkeit. Ja, und hier habe ich jetzt, habt ihr ja gerade gesehen, da habe ich nochmal versucht, mit ein bisschen Farbe dann das Ganze aufzufrischen, weil eben der Sand halt eben nicht so schön geworden ist. Hätte ich wissen müssen, ja, aber wie gesagt, ich habe es dann eben jetzt dann doch nochmal versucht, mit ein bisschen Farbe und das Ganze dann so ein bisschen belebter zu machen und mit schönen Farben dann eben auch zu gestalten. Da habe ich eben auch so leicht Transparente mit dem Gelb, mit dem leichten Braunton das Ganze halt gemacht und dann habe ich eben, wie gesagt, auch so ein bisschen dann noch die Muscheln und Steine drauf gemacht, ein paar größere, damit es eben auch ein bisschen bewusster da ist dann und wie gesagt, das ist, ich mag es sehr, ich mag sowieso mit Naturmaterialien eigentlich sehr gerne arbeiten. Mir fehlen manchmal ein bisschen die Ideen, da muss ich nochmal so ein bisschen in mich gehen, was man gut mit Naturmaterialien machen kann. Das wird im Herbst wieder interessant oder eben halt meistens im Frühling und habe da einfach so viel die Natur, was das so bietet und wie gesagt, manchmal fehlen mir so ein bisschen die Ideen, aber ich glaube, das hat jeder irgendwo so ein bisschen mal, dass da so ein bisschen die Ideen flöten gehen. genau und hier kommen jetzt gleich die Steinchen oben drauf und das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen schöner wieder und genau, ich habe die übrigens hier die Leinwand habt ihr ja die ganze Zeit gesehen, so ein bisschen auf so kleine Becherchen gestupst, damit das Ganze halt nicht komplett auf dem, ich nehme mir mal als Unterlage Müllbeutel, ist für mich der Game Changer letztendlich gewesen. Ich kann die Müllbeutel unglaublich lange nehmen, ich kann einmal die eine Seite nehmen, dann die andere Seite, dann drehe ich die Müllbeutel einmal in sich zusammen nochmal um und habe dann wieder nochmal zwei Seiten, mit denen ich gut basteln kann als Bastelunterlage. Für mich also das Beste, weil ich habe ganz zu Anfang ohne Bastelunterlage gearbeitet und mittlerweile sieht mein Tisch ein bisschen mitgenommen aus, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie irgendwann mal so ein bisschen vielleicht eine Folie oben drüber mache, aber ich weiß es gerade noch nicht so richtig, was ich da mache, das habe ich jetzt schon ganz lange überlegt und ich brauche da manchmal ein bisschen langsam beim Entscheiden, wie ich es jetzt am besten gerne machen möchte. genau, die ersten Muscheln sind schon da, da war die Kamera ein bisschen verrutscht, verzeiht mir das, also dementsprechend, dass nicht ganz alles so zu sehen ist, wie ich es mir gewünscht habe und, aber das hält übrigens auch sehr, sehr gut, logischerweise durch das Epoxidharz ist da eine schöne Möglichkeit, das Ganze dann eben auch festzumachen. Ich habe sie also immer einen kleinen gestupst, dass sie halt gut im Epoxidharz sitzen und habe zuerst die Muscheln reingemacht, dann die Steinchen, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich muss da so ein bisschen schauen, wie es jetzt am besten aussehen kann. Ich habe so ein bisschen zwischendrin nochmal versucht, mit der Heißluftpistole dann das Ganze zurückzustupsen. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine, weil natürlich der Sandstrand ganz schön ins Meer reingegangen ist, um das mal so bildlich zu beschreiben und es hat nur bedingt funktioniert, aber ich finde, es ist trotzdem für mich jetzt immer noch mit den Wellen ganz gut geworden und wie gesagt, ich überlege, ihr werdet es auch gleich an dem ganzen beim Ergebnis sehen, wahrscheinlich, was ich meine, dass ich da vielleicht gucke ich nochmal und versuche da nochmal ein bisschen nachzuarbeiten, weil gerade, weil mir das Meer so ein bisschen dann untergegangen ist und ich da noch so ein bisschen nacharbeiten würde wollen und, aber wie gesagt, vielleicht probiere ich es einfach morgen mal aus, mal sehen, wenn ich irgendwie die Chance habe, die Zeit habe. ich war jetzt irgendwie die letzte Woche einfach sehr, sehr müde und bin da einfach sehr K.O. und bin dann immer auf der Couch gewesen. So, hier seht ihr das Ergebnis. Ich finde, durch diese Bewegung, die jetzt auch oben, es ist keine harte Kante, da sind immer wieder hoch und runter, wirkt das auch sehr lebendig und auch da oben, wie gesagt, da stört mich so ein bisschen, dass man die Farbe extrem doll noch durchsieht, aber wie gesagt, das Meer selber ist, einfach auch trotzdem zu sehen, die Wellen sind zu sehen, die Optik ist da und dadurch finde ich, glaube ich, ist das ein schönes Ergebnis und ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde auch, dass ich die Natursachen, also den Sand, die Muscheln und die Steine mit reingenommen habe und das ist eine schöne Möglichkeit, sich da einfach so ein bisschen mit der Natur sich Erinnerungen zu schaffen, eben auch Urlaubserinnerungen und ja, ich wünsche euch schon mal einen wunderschönen Sonntag noch und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen und ich erst mal bis dann. Tschüss!